Musik Es ist soweit. Am Freitag, den 21. Mai, startet der Europa-Park in seine Sommersaison. Auf der Webseite wurden nun alle erforderlichen Informationen zu einem Besuch veröffentlicht. Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es ein paar Neuerungen im Konzept des Parks. Hier das Wichtigste zusammengefasst. Wie auch im letzten Jahr gilt, vor einem Besuch müssen Tickets für ein bestimmtes Datum gekauft werden, da die Besucherzahl deutlich reduziert ist. Diese können danach nicht mehr umgetauscht oder auf ein anderes Datum gebucht werden. Gäste mit Behinderung, Kinder unter vier Jahren und Geburtstagskinder erhalten auch spontan Zutritt. Für sie muss im Voraus kein datiertes Ticket gekauft werden. Neuerdings möchte der Europa-Park mit gestaffelten Preisen dafür sorgen, dass die Besucher sich besser auf die Saison verteilen. Deshalb kosten Tickets in der Sommerzeit vom 17. Juli bis zum 13. September sowie in der Halloween-Zeit vom 9. Oktober bis zum 7. November 60 statt 55 Euro. Es wird also ein Zuschlag von 5 Euro zum normalen Preis fällig. Für Hotelgäste gilt auch in diesen Zeiträumen der normale Preis von 55 Euro. Um den Park betreten zu können, müssen Gäste ab sechs Jahren eine von drei Voraussetzungen erfüllen. Entweder man muss negativ getestet, vollständig geimpft oder von Corona genesen sein. Ein entsprechender personalisierter Nachweis muss in allen drei Fällen in Kombination mit einem Lichtbildausweis am Eingang vorgezeigt werden können. Wer nicht als geimpft oder genesen gilt, sollte sich vor der Anreise zum Park testen lassen. Beim Eintritt in den Park werden Nachweise zertifizierter Teststellen über einen negativen Schnell- oder PCR-Test akzeptiert, die innerhalb der letzten 24 Stunden ausgestellt wurden. Für Ausnahmefälle steht vor Ort am Park eine Teststation mit geringer Kapazität zur Verfügung, bei der es aber zu hohen Wartezeiten kommen kann. Wenn man in Deutschland wohnt, ist ein Test dort gratis, ansonsten müssen 22,90 Euro bezahlt werden. Wird man dort positiv getestet, sollte man das Parkgelände sofort verlassen und sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Als geimpft gilt man, wenn man seit mindestens 14 Tagen alle notwendigen Dosen für eine vollständige Corona-Schutzimpfung erhalten hat. In der Regel ist das die zweite Dosis, bei Johnson & Johnson reicht auch eine Dosis für den vollständigen Schutz. Um das nachzuweisen, benötigt man eine offizielle Bestätigung der Impfung, wie zum Beispiel einen Impfpass. Genesene können ihre zurückliegende Corona-Infektion durch eine Bestätigung des positiven PCR-Tests nachweisen. Diese muss mindestens 28 Tage zurückliegen, ist der Test über sechs Monate alt, muss zusätzlich eine einfache Corona-Schutzimpfung nachgewiesen werden. Die üblichen Vorteile der Clubkarte, wie der unbeschränkte freie Eintritt oder der Eintritt in Partnerparks, ist weiterhin wie im letzten Jahr pausiert. Sobald wieder Eintritt ohne Vorbuchung gewährt werden kann, wird jede Clubkarte um die entsprechenden Tage, die bisher nicht genutzt werden konnten, verlängert. Wann es soweit sein wird, steht noch nicht fest. Neu ist, dass nun auch Besitzer einer Clubkarte, die inzwischen nicht mehr gültig ist, ein kostenfreies Ticket im Monat buchen können. Voraussetzungen dafür sind, dass die Jahreskarte bis mindestens 28. März 2020 gültig war, man sie also wegen Corona nicht uneingeschränkt nutzen konnte und man die Möglichkeit der Erstattung nicht genutzt hat. Beim Hygienekonzept gelten in großen Teilen die gleichen Regelungen wie im letzten Jahr. Auf dem gesamten Gelände ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu halten. In Wartebereichen befinden sich zur Orientierung markierte Abschnitte, die jeweils nur von drei Personen aus demselben Haushalt betreten werden dürfen. Neu ist, dass für Besucher ab 6 Jahren nun grundsätzlich im gesamten Park eine Maskenpflicht herrscht. Also auch auf allen Wegen im Außenbereich sowie auf den Attraktionen. Bei den Masken muss es sich um medizinische oder FFP2-Masken handeln. Einfache Stoffmasken sind nicht mehr erlaubt. Endlich kann es losgehen. Am Freitag startet der Europa-Park nach der langen Pause in die Sommersaison. Falls ihr einen Besuch plant, wünsche ich euch viel Spaß und bleibt gesund. Ciao! Das war's für heute.